Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittel Erde 2, The Age of Ringmod. Ja, in der Zwischenzeit, oh, ich seh mich selber, huch, haha, geil, ähm, ich hab ein paar neue Sachen wieder eingestellt in meinem Aufnahmeprogramm. Dadurch, dass mein Rechner abgeschmiert ist in der Zwischenzeit, ähm, musste ich alles in meinem kompletten PC neu aufsetzen. Zum Glück konnte ich die Daten von dem Let's Play retten, die waren auf einer externen Festplatte gespeichert. Und dadurch konnten die gesichert werden. So, aber kurz schnacken, nur zur Info, dass hier vielleicht, es könnte passieren halt, dass das Spiel, was ich gerade spielen, abschmieren könnte, wenn ich nicht alle Daten wirklich gerettet habe, wie erhofft. Ähm, deswegen lasst uns das einfach mal direkt vorsetzen, weil ich will das schaffen jetzt, okay. Schauen wir mal kurz den Status an. Es ist einer defeated worden und ich würde sagen, wir gönnen uns mindestens noch zwei Ends und dann rücken wir aus. Haben wir eigentlich Melon-Bows schon oder haben wir die noch nicht? Already purchased. Ja stimmt, können wir uns schon leisten, geil. Wo denn? Die sterben doch sowieso gleich ab, sobald sie hier vorbeirennen. Wo denn? Was jammern die denn? Hier ist kein Feind. Ja, das hört sich perfekt an. Oh, zehn. Nice. Ähm. Oh, you need my, uh, very, uh, great wizards. Summons Radagast the Brown to your aid. Oh, Radagast the Browne kommt dann für uns daher. Ist auch schick. Was ist das da unten eigentlich? The Ring of Adamant creates an area of magical terrain for the power of Narnia. Oh. Das wären natürlich auch zwei Eagles, wären später natürlich genial. Das hört sich auch gerne an. Dann machen wir jetzt hier und machen den Weg noch. Dann können wir nicht den auch gehen. Das ist halt cool, ne, aber, Attacke noch. Aber die bringt uns halt jetzt dann wenig. Bereit. So, ihr kriegt jetzt erstmal beide sowas. Und dann beide Rüstung. Achtet auf eure Schritte. Immerhin sind Elben immer bekannt dafür, dass sie gute, gute Bogenschützen sind. Da kommt der erste End. Ne, jetzt warten wir noch bis 600. Dann sind die auch fertig. Und dann ziehen... Die Enemy ist hier! Wo denn? Sagt da unten, dass die Enemy hier ist? Ich seh kein Enemy. Wir werden hier auf jeden Fall in den Turm hinsetzen noch. Dann direkt so weit wir einmarschieren, damit wir von hinten keinen Einfall erreichen können. Und ziehen dann nach hier unten und marschieren den ersten ein. Und dann marschieren wir nach oben, tun den zweiten niedermachen und tun die zwei Durchgänge hier blockieren. Und dann tun wir hier vollbauen. Und natürlich noch überall mit einem... Komm, los! So, ist gut gepunkt. Das hat sehr gut gepasst eigentlich von dem Timing hier. Kommt der zweite End auch mal? Ich hab einen Anrufer halten. Wartet mal. Stephanie, das geht jetzt gerade schlecht. Zieht eure Waffen, Elben! Zieht eure Waffen, Elben! Elbenkrieger! Schnell, Elben der Wälder! Ich bringe das Baumaterial. Ich hätte gerne, dass du mir hier oben einen... Baumaterial ist unterwegs. Ich bringe das Baumaterial. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ends kriegen den Auftrag, direkt einzumarschieren. Bleibt wachsam, Elben! Begone, foul creature! Macht euch bereit, Elbe! Eilt euch! Zieht eure Waffen, Elbe! Enroge! Seid bereit, Elben! Zeigt kein Erwarmen! Wie war das STRG eigentlich? Auf in die Flacht! Überrollt sie! Vernichtet sie! Wir müssen die Wälder schützen! Unzummoned three battalions of the... Ah, nein! Ah, shit! Ruf sie! Und... Und... Bereit? Erobert das Land zurück! Wachsam, Elben! Lasst sie nicht durch! Vernichtet sie! Bringt sie aus dem Gleichgewicht! Verschont niemanden! Zieht eure Waffen, Elben! Bleibt wachsam, Elben! Haltet eure Positionen! Salve! So, okay, ähm... Wir tun hier gleich nochmal zwei Bogenschutzenbataillonen ausbilden. Heute endet ihre dunkle Herrschaft! Jep! The enemy is here! Ihr sollt nicht eure eigenen Leute treffen! Feuer konzentrieren, Elben! Haltet eure Positionen! Vernichtet alles, was ihr findet! Check out of arms! The enemy is here! Sobald die da raus... Bogenschützen, Lorienz! Macht euch bereit! Wir müssen vorsichtig sein! Das neue Oberteil muss natürlich besser geschützt werden! We've defeated the enemy! Bleibt wachsam, Elben! Wir müssen unsere Heimat verteidigen! We've defeated eure Waffen, Elben! Wir haben noch viel zu tun! Ähm... Wir brauchen irgendwas, was die... Wollen wir hier hin? Baumaterial ist unterwegs! Lorien schickt seine Böden! Wir müssen unsere Heimat verteidigen! Wir bereiten unser Heimat mal wieder vor! Bleibt wachsam! Das ist der Weg! Bereit! Scheint gefertigt abgerollt wieder zu sein! Dann bauen wir hier gleich nochmal vier Divisionen! The enemy is here! Aber die scheinen sich selbstständig zu heilen! Das ist gut! Haltet nach dem Feind Ausschau! Zieht eure Waffen, Elben! Meladan! Baumaterial! Ich brauche hier trotzdem schon mal... Es gibt viel zu tun! Wo sollen wir bauen? Du kriegst gleich den Auftrag, hier jeweils den zweiten Turm hinzusetzen! We've planted a malon tree! Ein vortrefflicher Bauplatz! We've planted a malon tree! Bogenschützen Lorien! Wo sollen wir bauen? Macht euch bereit! Es wird Zeit, etwas zu bauen! Dadurch kriegen wir schon mal ein besseres Grundeinkommen! No further! Trespassers! Bleibt wachsam! Die Mauern schützen uns! Achso, sobald ich das auch für die Bogenschütze kaufe, ist das... Oh, das ist cool! Bleibt wachsam! Ihr seid Army Group 1! Ihr seid Army Group 2! Sieht eure Waffen, Elben! Ich bringe das Baumaterial! Bringt alles hierher! Ihr könnt auch mal hier nach vorne schalten, weil ihr müsst direkt die Türme wieder... ...setzen. Our borders have been violated! Our borders have been violated! Wir haben noch viel zu tun! Wo denn? Fangen wir an! Lorien schickt seine Böse! Werkzeuge bereit! Es gibt viel zu tun! Perfekt, okay! Zieht eure Waffen, Elben! Hier kommt auch direkt nach hier... Schnell, Elben des Waldes! Und dann Division 1! Seid bereit, Elben! Lass mich raten, es war der Typ, den sie vernichtet haben! Hier ist keiner! Macht euch bereit! Haltet nach dem Feind Ausschau! Hä? Wo sind die? Cool! Wo sollen wir bauen? Baumaterial ist oder wächst? Bin schön unterwegs! Macht euch bereit! Wir können die... Elben! Hierher! Wo denn? Ach, jetzt ist es, weil er es hier nochmal da sieht! Ach so! Komm, den anderen muss... Oh, den anderen darf er nicht bauen, oder was? Haltet nach dem Feind Ausschau! Schnell, Elben des Waldes! Our Structure has been completed! Wir haben noch viel zu tun! Das können wir nicht vollbauen! Es wird Zeit, etwas zu bauen! Und dann kriegen wir noch mehr... Platz für unsere Armee! Dann können wir gleich durch weit marschieren! Am besten ist gleich eh, wenn wir hier oben dann erstmal einen nehmen, den Bereich hier! Das ist nicht sauernd mit dem Ring auch! Oh, den müssen wir reihausfahren gleich! Denen gleich sollten wir relativ schnell den Kick geben! Was sollen wir bauen? Ich bringe das Baumaterial! Du brauchst bitte gleich mal hier noch ein Baumaterial! Ich bringe das Baumaterial! Du brauchst du mal bitte! Es wird Zeit, etwas zu bauen! Wir haben noch viel zu tun! Wir müssen schauen, dass das so relativ schnell jetzt alles geht! Wir müssen sauernd relativ schnell aus dem Spiel hauen! Das ganze Gebiet gehört jetzt rein theoretisch komplett uns! Was natürlich mega ist! Wir können uns so auf den Safe Spots schon mal beziehen, können hier arbeiten und unsere Armeen ausbauen! Du hast den auch gleich mal geabt! The Golden Wood Garrison has been completed! Perfekt! Wir haben noch viel zu tun! Auch noch! The Golden Wood grows! Kein guter Bauplatz! Es gibt viel zu tun! Ist wieder, weil der Tum da ist, oder das? Zieht eure Waffenelben! Nach hier oben wieder ziehen! Achtet auf eure Schritte! Solange er nicht sauernd beschworen hat, ist alles noch super! Wo sollen wir bauen? Es wird Zeit, etwas zu bauen! The Garrison has been expanded! Wo sollen wir bauen? We planted a Malone tree! Bin schon unterwegs! Ich bin ja dafür, dass wir relativ gleich mal rüber marschieren, ihn angreifen! Wenigstens einen kleinen Stupser geben kann! Ich will ihm einen kleinen Stupser sozusagen vor die Nase geben! Damit er merkt, mit wem was zu tun hat! Es wird Zeit, etwas zu bauen! Ich bringe das Baumaterial! Bin schon unterwegs! Wo sollen wir bauen? Ich hab der Golden Wood Joe Grows auf jeden Fall hier! Und der bringt uns auch lecker schöne Manni ein! Und der erhöht unsere Armee-Limits sehr schön, damit wir auch jederzeit weitermachen können! So, die beiden Gründen! Da würde ich sagen, Armee-Gruppe 1 und 2 rüber! Die fällen schon unsere Bäume! Die Fälle sind hier! Die Fälle haben unsere Lande infiltratiert! Wir haben einen Malone-Tree geplant! Der Garrison hat sich expandiert! Behold, ein neues Malone-Tree hat gegründet! Ein Malone-Tree hat gelöst! Wir haben den Katapult-Stein, okay? Okay, wir müssen schnell was vernichten, was hier außerdem ist. Feuer einstellen! Zieht euch zurück! Haltet ein! Zeigt kein Erbarmen! Zieht sie wieder! Verschmettert sie! Wir haben uns attackiert! Haltet nach dem Feind ausschauen! Spickt sie mit Pfeilen! Zieht eure Waffen, Elben! Attacke! Bleibt wachsam! Zieht eure Waffen, Elben! Aufhalten! Sobald der kaputt ist, haben wir auf jeden Fall schon mal einen Sieger rum! Wir haben noch viel zu tun! Baumaterial ist unterwegs! Haltet nach dem Feind ausschauen! Wir müssen unsere Heimat... Und wir haben die Anwaffen! Nice! Baumaterial! Ich mache jetzt relativ wenig Sorgen rum! Ich bin schon unterwegs! Ich lockere nur meine Arme! Wir haben den Frieden wieder hergestellt! Es gibt viel zu tun! Baumaterial! Ein vortrefflicher Bauplatz! Bringt dich zurück! Wir müssen die Wälder schützen! Zieht eure Waffen, Elben! Wir haben einen Mallow-Tree geplantiert! Geht die Bombe! Die Wälder attackiert! Sooo! Genau! So sehe ich das nämlich auch! Baum läuft dem Mittenrum, aber okay! Ja! Die Wälder attackiert! Die Wälder attackiert! Wir haben den Ring! Keep it secret and safe! Wir müssen unsere Heimat verteidigen! Keep it secret and safe! Baut dieses Land auf! So! Eine Arbeitsgruppe 1, Anni kann ich gar nicht gerade sagen, weil jetzt gerade die Gruppe hier unterwegs ist! Wir müssen die Wälder schützen! Hello! Wir haben noch viel zu tun! Es wird Zeit, etwas zu bauen! Strukturiert auf... Ich bringe das Baumaterial! Nennt man sowas! Strukturiertes Erweitern! Es gibt viel zu tun! Baumaterial! Baut dieses Land auf! Bin mal gespannt, wie viel dann... Unsere Dame des Waldes kostet! Weil gesehen würde ich sie ja schon gerne! Ich hab's ja gleich noch nie gehabt! Behold! A new mullon tree has grown! Ich glaube, nur meine Arme! Was liegt an? Es gibt viel zu tun! We have the ring! Keep it secret and safe! The golden wood rose! The enemy is out there! The enemy is out there! So! A mullon tree has blossomed! Ist wahrscheinlich... Oder? Our borders have been violated! Oh, guck mal! The enemy is out there! We are being attacked! Aber wir sind top-divisionen hier stehen! Our sanctuary grows! Caladrim! Two arms! Caladrim! Two arms! Die schaffen hier eh nichts gegen uns! On the move! Haben wir noch einen Baumeister hier! Oh ne, wir haben hier zwei Tümer! Dann... Die zweite Division schon ausbilden, weil das ist ja jetzt eh billig Zeug! So, und dann platzieren wir einen billigen Ruf! Billigen hier, einen billigen Dort! Es gibt viel zu tun! Wir haben noch viel zu tun! Die anderen sind gleich hier drüben alle! Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen! Du, den zweiten Turm hier platziert! Es gibt viel zu tun! The enemy has arrived! Ich fände es gleich sauer, weil... Bogenschützen Lorien's! Macht euch bereit! Natürlich wissen, dass ich den Turm hab... Äh, den Ring hab... Recruit den Noble Hobbit von the Shire, Level 10! Behold! A new Malone Tree has ground! Boah, das wird interessant schon! Lorien schickt seine Böden! Bogenschützen Lorien! Macht euch bereit! Even the smallest person can change the course of the future! Even the smallest person can change the course of the future! Golden Wood Ground! Dereit euch! Der enemy ist hier! Bleibt wachsam! Bleibt wachsam! Ähm... Our structure has been completed! Lorien schickt seine Böden! Schnitt! Aber Leute, weiter kämpfen wir uns durch diesen Waldtuch in der nächsten Folge! Ich hoffe, ihr habt es gefallen! Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da! Abonniert, wenn ihr noch nicht habt! Und schaut zwischen doch mal auf Twitch vorbei! Und schaut nach Raximus! Ich stream ab sofort auf Twitch! Und werde dazwischen wahrscheinlich auch Schlacht und Mittelerde dort mal streamen! Ich habe jetzt gestern Transport Fever, also Tag vor der Aufnahme, Transport Fever 2 dort gestreamt! Und ich werde vielleicht heute GTA dort streamen! Ähm... Und ich werde relativ aktiv jetzt mittlerweile damit in Streams werden! Also, ich hoffe, wir sehen uns dort auch mal! Oder ansonsten bei der nächsten Folge von Schlacht und Mittelerde 2! Also, bis dann! Ciao! 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 Ciao!